Du bist unterwegs und möchtest telefonieren? Oft stören dabei Hintergrundgeräusche wie Straßenlärm oder Wind. Mit der Funktion Sprachfokus kann dich dein Gegenüber besser verstehen. So wird deine Stimme klar und deutlich übertragen. Während eines Telefonats hast du die Option, den Sprachfokus zu aktivieren. Öffne hierzu die Schnelleinstellungen vollständig. Im oberen Bereich findest du die Option Mikrofonmodus. Tippe darauf. Ab Werk ist Standard eingestellt. Wähle hier einfach Stimmfokus und bestätige mit OK. Jetzt kannst du telefonieren. Viel Spaß beim Ausprobieren!